Ah, das Fass ist leer. Nein, das ist voll. Das war voll. Hast du das drauf schon probiert jetzt? Das braucht er, damit er seinen Fuß abstehen kann für die Löffelpolka. Wir freuen uns jetzt auf die Löffelpolka, aber auch noch auf den Walzer bei Kerzenlicht. Die Hegel in der Plastmusik, unter der Leitung von Florian Eberk. Zeigen Applaus! Applaus 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 Musik 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 Musik